Ich bin mir sicher, das war nicht das erste Mal. Und ich bezweifle stark, dass es das letzte Mal sein wird. Aber der alte Kumpel Todd hat die ultimative CPAP-Sünde begangen. Du sollst nicht in deinem Faulenzer-Sessel mit der Maske auf dem Gesicht einschlafen, Todd. Jetzt hatten wir Glück, dass der alte Kumpel das getragen hat. Du schläfst, HQ02 klingelt. In seinem Liegestuhl, also haben wir die Daten schon vorher, wenn er sich im Liegestuhl entspannt. Kein CPAP, bis danach. Wenn er seine Maske aufsetzt. Und es ist ziemlich lustig. Schauen wir es uns an. Wir sind hier auf Sleep HQ. Sieh dir das O2 Ring Dashboard an. Wir scrollen hier runter. Wir haben einige Apple Gesundheitsdaten, die durchkommen. Sauerstoff Ring Statistiken. Aber wir kommen hier runter zum SpO2. Das sind die Blutsauerstoff Werte hier unten. Und du kannst diesen Abschnitt hier sehen. Schau es dir an. Oder im Vergleich zu diesem Abschnitt hier, wenn er ins Bett geht und setzt seine Maske auf. Alles klar, wir zoomen ein bisschen rein und schauen uns das an. Oh je. Der arme alte Tod, er hat auch einen Herzschrittmacher. Und ich stelle mir vor, dass er zu diesem Zeitpunkt Überstunden gemacht hat. Also Blutsauerstoff Spiegel hier bei 94. Atmet nicht. Verdammt, sie krachen. Runter auf 75. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist Herzinfarktmaterial, Tod. Das meine ich ernst. Ich weiß. Er atmet tief ein. Alles klar. Du hast all diese Bewegungen hier, weil er herumzuckt und in seinem bequemen Sessel ist. Und er auf im kalten Junge zu wichsen. Zum Glück hat Tod einen guten Sinn für Humor. Also er wäre nicht der Erste und auch nicht der Letzte. Und dann steigen die Sauerstofflevel wieder auf 96. Und der Prozess beginnt von vorne. Und man sieht, dass es hier hart zugeht. Springt überall hin. Okay? Wir zoomen hier einfach raus. Und schau dir das an. So. Er sitzt im Liegestuhl. Sieh dir all die Bewegungsdaten an. All diese gelben Spitzen hier. Sieht aus, als würde er joggen. Und dann setz die Maske auf und schau, was passiert. Keine Bewegungsdaten. Jetzt werden wir über diese Bewegung hier und diese Entfärbung da oben gleich sprechen. Denn das ist auch ziemlich lustig. Sieh dir seinen Herzschlag an. Wie du hier sehen kannst, steigt das Herz tatsächlich an. Wenn er im V-Lancer-Sessel ist. Alles klar? Hier oben bei 88, 90. Und dann setzt er seine Maske auf und schau, was man sofort sehen kann. Oh, runter geht es. Runter, 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 runter. Hier unten auf 64. Sehr, sehr cool. Und noch eine Sache. Also er bekommt seine Schlafphasendaten hier von Apple Health. Und ich glaube, er hat eine Weddings-Schlafmatte. Ähm, und ähm, er springt ins Bett. Setzt seine Maske auf. Und er schläft buchstäblich sofort tief ein. Normalerweise schläft er zuerst eine Weile leicht. Und dann fällst du in einen tiefen Schlaf, wo sein Gehirn einfach sagt, vergiss es, ich gehe direkt los und kassiere 200 Euro. Und er schlief nicht sofort tief ein. Da, was Todd hätte tun können, wenn er nicht in diesem V-Lancer einschlafen wollte. Er könnte einen O2-Vibrationsalarm für seinen Ring konfiguriert haben. Sodass, wenn sein Blutsauerstoff-Spiegel unter 90 oder was auch immer er festlegen möchte, sinkt. Der Ring vibriert, um zu sagen, hey, Marde, du bist voll. Schlafen Sie ein. Setzen Sie Ihre Maske auf. Hey, nicht das Ende der Welt einzuschlafen. Aber gleichzeitig, das ist nicht gut für Ihr Herz. Okay, wechseln wir zu seinem C-Pub hier. Entschuldigung, Bi-Pub. ResMed AirCurve 10V Auto. Also, das Coole an Sleep HQ ist, ja, du kannst O2-Ringe verbinden, Apple Health nutzen und hast auch deine C-Pub-Daten. Damit können Sie genau sehen, was mit Ihrer Therapie und Ihrem Schlaf passiert. Alles klar, also scrollen hier. Hier unten. Ich möchte dir etwas zeigen. Also gut, wir zoomen hier auf sein Atmen und schauen mal. Jeder Atemzug, den er nimmt, also er atmet ein, atmet aus und dann gibt es plötzlich diesen Signalabfall. Was da passiert ist, sein Maskenanschluss hat sich vom C-Pub-Schlauch gelöst. Und als das passierte, schau dir seinen Blutsauerstoff-Spiegel an. Also Blutsauerstoff ist hier oben ziemlich stabil. 95. Und dann plötzlich weiß ich nicht. Hey, schau mal, da geht's. Tschüss. Oh, Runde auf 87. Und dann wird er aus dem Schlaf geweckt. Oh, oh, was ist los? Setzt seine Maske wieder auf. Manchmal nehmen Menschen ihre Maske im Schlaf ab. Manchmal passieren Dinge. Wird getrennt und die Leute machen einfach weiter. Schlafen, besonders wenn sie ihre Maske abnehmen. Das passiert ständig. Also, was man mit dem O-Touring machen kann, ist einfach einen Alarm einzustellen. Einen Vibrationsalarm. Sodass, wenn das passiert und deine Sauerstoffwerte hier runtergehen, nur eine sanfte Vibration an deinem Daumen. Düt, 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 weck dich auf, wie du deine Maske abgenommen hast. Du kannst sie wieder aufsetzen. Das ist wirklich cool. Jetzt. Lasst uns die Diagramme hier zurücksetzen. Ich möchte hier runterkommen und zeig dir noch etwas anderes. Also, benutze eine Nasenpolster-Maske. Er hat auch ein paar Probleme mit Mundrecken. Wir können das ganze Leck von seiner Maske hier sehen. Weil es eine Kissenmaske ist und sie an den Nasenlöchern abdichtet, normalerweise. Sie erhalten außergewöhnliche Dichtigkeitswerte mit Pillow Nice. Denn nur, wenn sie aus deiner Nase weichen. Sie passen genau hinein, sodass sie eine gute Abdichtung erhalten. Sie können hier jedoch bei Todd sehen, dass seine Leckraten sehr hoch sind. Alles über 24 Liter pro Minute gilt als hohe Leckage. Jedoch, das ist nur eine Richtlinie. Aber was ihr hier sehen könnt, ist, dass die Leckraten plötzlich von sehr hoch 40 Liter pro Minute fallen. Aus seinem Mund und dann schließt er seinen Mund. Zack. Sie fallen direkt runter. Schau mal hier. Ich werde dir das zeigen. Schau dir diese wunderschöne Korrelation zwischen den Leckraten an und das Diagramm zur Begrenzung des Luftstroms, das hier unten. Das ist der Widerstand der oberen Atemwege. Und schaut hier. Also, das Leck beginnt zu steigen. Aus seinem Mund schießend. Und sieh, was mit dem Luftwiderstand passiert. Du kannst sehen, wie das auch steigt. Nicht wahr? Je näher das an 1 kommt, je mehr Widerstand es bei der Einatmung gibt. Der Grund, warum mehr Widerstand besteht, ist, weil die Luft aus seinem Mund kommt. Sie strömt nicht hinunter in seine Lungen. Und wir gehen hier ein Stück weiter runter und schauen uns noch etwas an. Sieh dir das an. Das sind also die fortgeschrittenen Aufnahmen. Und was wir hier sehen können, ist das hier. Okay? Hier ist die Luftstrombegrenzung oben. Da ist der große Sprung im Mundleck hier. Und was wir sehen können, ist, dass, wenn dies passiert, das Titelvolumen hier auch sinkt. Okay. Jetzt sinkt es, weil das Atemzugvolumen ein Maß für die in deine Lungen strömende Luft ist. Und wenn die Luft aus seinem Mund kommt, dann gibt es einen Abfall. Nicht wahr? Und sehen Sie, was auch passiert. Die Atemfrequenz steigt. Atemzüge pro Minute. In Ordnung. Er atmet schneller, schneller, weil weniger Luft in seine Lungen gelangt. Also muss er das ausgleichen. Ja, ergibt es Sinn? Zurück hierher. Schau hier. Also wenn der... Die Leckraten sinken sogar hier auf etwa 9.6. Also sind sie stark gesunken. Und der Luftfluss begrenzt, dass der Widerstand der oberen Atemwege verschwindet. Es ist weg. Und das liegt daran, dass mehr Druck im Kreislauf ist. Kein Luftstoß mehr aus seinem Mund. Mehr Druck im Kreislauf. Der Luft an dieser Verengung vorbeizwingt. Hinunter in seine Lungen. Und ich wette, ich weiß, was wir sehen werden. Wir werden sehen, dass das Atemzugvolumen steigt. Das machen wir hier. Also hier ist es das Atemzugvolumen. Wir müssen los. Bis hierher 600, 580. Das ist also viel mehr Luft, die in seine Lunge strömt. Wie cool ist das? Ich liebe Schlaf HQ. Melde dich für ein kostenloses Konto an. Es ist verdammt unglaublich. Welcher gehört mir? Was willst du von jedem? Welchen du auch immer willst. Nicht Dini. Oh, ja. Oh, ja. Das ist das. Wir wagen es. G-g-g-g. Ja. Mein Wagenk�-Gräs. Janke的 Stimmen preferred. win-win-win-wag. Und wir auch werden sicher,